Was ist ein Retroperitoneales Hämatum? Ein Retroperitoneales Hämatum ist eine Tasche aus Blut, die sich im unteren Rückenbereich in einem Bereich befindet, der als Retroperitonealer Raum bekannt ist. Ein Hämatum bildet sich, wenn sich Blut an einem geschlossenen Ort ansammelt, wie etwa die Weichteile, die sich zwischen Organen und ihren Stützmembranen befinden. Die Retroperitonealhöhle ist der Raum, der zwischen zwei Arten von Membranen gebildet wird, die die Bauchorgane und das Becken umgeben. Die Retroperitonealhöhle ist der Bereich hinter dem Peritoneum. Die Organe des Retroperitonealen Raums umfassen diejenigen, die im unteren Rückenbereich gefunden werden und nicht von der Peritonealauskleidung unterstützt werden. Dazu gehören die Bauchspeicheldrüse, die Nieren und Nebennieren sowie das Zwölffingerdarm des Dünndarms. Das Gebiet umfasst auch Gefäße wie die Aorta und die Venakava inferior. Ein Retroperitoneales Hämatum wird am häufigsten durch einen traumatischen Einfluss auf den Körper oder durch eine Verletzung verursacht, die durch ein Objekt verursacht wird, das in die Bauch- oder Beckenhöhlen eindringt. Die inneren Blutungen, die bei diesen Arten von Verletzungen auftreten, sammeln sich und bilden ein Hämatum. Die großen Gefäße der Venakava und der Aorta sowie die Gefäße, die die Retroperitonealen Organe unterstützen, können verletzt werden, um die anfängliche Blutung zu verursachen. Retroperitoneales Hämatum kann auch während eines Herzkatheterisierungsverfahrens auftreten. Während des Verfahrens wird ein Katheter in ein großes Gefäß eingeführt, um Verstopfungen zu reduzieren. Einige Ärzte geben nach dem Eingriff gerinnungshemmende Medikamente, um das Risiko eines Blutgerinnsels zu vermeiden. Wenn der Katheter während der Katheterisierung ein großes Gefäß punktiert, blutet er und kann ein Retroperitoneales Hämatum verursachen? Wenn der Patient Medikamente zur Reduzierung von Blutgerinnseln erhalten hat, kann es schwierig sein, die Blutung zu stoppen. Durch eine Operation zur Entfernung des Hämatums besteht für den Patienten ein Blutungsrisiko, und er oder sie kann abhängig von der Größe des Hämatums eine große Menge Blut verlieren. Viele Menschen mit einem Hämatum haben auch andere Verletzungen an Bauch- und Beckenorganen. Bei der chirurgischen Behandlung eines Retroperitonealen Hämatums wird das gesammelte Blut evakuiert und die Blutungsursache gestoppt. Retroperitoneale Hämatome können signifikant genug wachsen, um den Blutfluss zum Rest des Körpers zu reduzieren, da sich das Blut im Peritonealraum sammelt. Große Retroperitoneale Hämatome können auch die Arbeit anderer Organe verhindern. Beispielsweise kann ein Hämatom groß genug werden, um die Harnleiter zu blockieren, die sich im Retroperitonealen Teil des Beckens befinden. Dies kann dazu führen, dass Urin in die Nieren gelangt, was zu Hydroneprose führt und die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, Nebenprodukte und Elektrolyte zu filtern. Körpers. 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 Vielen Dank.